Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von die Bakery, die Agentur für Online-Händler. Heute soll es um den neuen Marktplatz des zweitgrößten E-Commerce-Händlers Deutschlands gehen. Otto Market. Nachdem Otto.de somit als Erfolg gewertet werden kann, öffnet man nun die Pforten für den eigenen Marktplatz. Doch die Frage, die sich einige nun stellen werden, ist, kann jeder Händler auf dem Marktplatz verkaufen? Mit einem klaren Ja kann die Frage leider nicht beantwortet werden. Es gibt zur Anmeldung auf dem Otto Market ein Dokument namens Interessentenformular, was bereits deutlich macht, dass es sich dabei mehr um eine Bewerbung als eine bloße Registrierung handelt. Wenn ihr oben rechts auf die Infokarte klickt, werdet ihr direkt zu diesem Formular weitergeleitet. Hier sind eure Kontakt- bzw. Firmendaten wahrheitsgemäß auszufüllen, um sie letztendlich Otto zu übermitteln. Solltet ihr den Otto Market Kriterien entsprechen, erhaltet ihr eine E-Mail mit den Zugangsdaten für Otto Partner Connect. Otto Partner Connect ist quasi die Schaltzentrale für alle Händler, in der man Zugriff auf das Partnerportal erhält, in dem wiederum alle wichtigen Daten, wie die Bestellstatus für versandte Artikel, eine Zusammenfassung aller Zahlungsabwicklungen, eine Verkaufsanalyse und vieles mehr zu finden sind. Im weiteren Verlauf muss dann das Firmenprofil vollständig ausgefüllt werden und der Vertragsabschluss vollzogen werden. Das funktioniert komplett digital. Wenn nun alle Formal ja abgehandelt worden sind, geht es daran, eure Artikel einzustellen. Solltet ihr bereits auf anderen Plattformen verkaufen und JTL-Wabi als zentrale Verwaltungseinheit verwenden, ist Marcos Software Unicorn 2 euer Ansprechpartner. Marcos Software hat eine JTL-Otto Market-Schnittstelle entwickelt, bei der Unicorn 2 als Mittelwehr agiert. Solltet ihr noch nicht überzeugt sein, überzeugt euch vielleicht Marvin Zimmermann von Marcos Software und unserem Video zu drei Gründen für den Otto Market, das ihr oben rechts findet. Sollte es noch Fragen zu Unicorn 2 geben, gelangt ihr oben rechts mit der Infokarte zu Marcos Software. Ansonsten stehen wir als JTL-Servicepartner euch gerne für Fragen rund um die JTL-Software-Produkte bereit. Auch dazu könnt ihr direkt oben rechts einen Termin mit den Experten von eBakery ausmachen. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Registrierung wünscht euch euer eBakery-Team. их flachkartner-domen. Untertitelung des ZDF, 2020